Die Aufgabe befasst sich mit dem Raoul'schen Gesetz und lautet wie folgt. Eine Mischung besteht aus 40 Massenprozent Hexan, 25 Massenprozent Hexan und 35 Massenprozent Oktan. Berechnen Sie die Zusammensetzung der Mischung und des Dampfes sowie den Dampfdruck der Mischung, wenn die Temperatur 20 Grad Celsius und die Dampfdrücke der Reihenkomponenten bei dieser Temperatur 160 Millibar für Hexan, 47,5 Millibar für Hexan und 13,3 Millibar für Oktan betragen. Nun kurz zu dem theoretischen Hintergrund. Was ist überhaupt das Raoul'sche Gesetz bzw. was kann man mit ihm machen? Mit dem Raoul'schen Gesetz kann man den Partialdampfdruck, den eine Komponente in einem Gemisch ausübt, mit folgender Formel errechnen. P1 ist hierbei unser Partialdampfdruck der Komponente 1, x1 ist der Stoffmengenanteil der Komponente 1 in dem Gemisch und P10 ist der Standarddampfdruck der Komponente 1. Den Gesamtdampfdruck der Lösung kann man aus folgender Formel berechnen. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist also der Dampfdruck, der Gesamtdampfdruck der Lösung, die Summe der einzelnen Partialdampfdrücke der Komponenten. Besonders wichtig ist, dass diese Gleichung nur für ideale Gemische dient. Da bei reellen Gemischen man Wechselwirkungen zwischen den Komponenten herrschen und es zu positiven oder negativen Abweichungen führen kann. Dies hätte dann zum Beispiel eine Dampfdruckerhöhung bei einer positiven Abweichung oder eine Dampfdruckerniedrigung bei einer negativen Abweichung zufolge. Durch folgende Grafik lässt sich das Raoul'sche Gesetz sehr gut visualisieren. Hierbei betrachten wir ein Zwei-Komponenten-System mit der Komponente 1 und der Komponente 2. Die rote Gerade visualisiert nun den Verlauf des Partialdampfdrucks der Komponente 1 bei steigendem Stoffmengenanteil und die blaue Gerade umgekehrt visualisiert den Verlauf des Partialdampfdrucks der Komponente 2 bei fallendem Stoffmengenanteil. Die grüne Gerade ergibt sich nun aus dem Raoul'schen Gesetz. Dies ist also die Summe der einzelnen Partialdampfdrücke der beiden Komponenten beim bestimmten Stoffmengenanteil. Nun zur Rechnung direkt. Wir haben 40 Massenprozent Hexan, 25 Massenprozent Heptan und 35 Massenprozent Oktan gegeben. Wie wir sehen, sind das alles Alkane und die in einer Lösung bilden ein ideales Gemisch. Deshalb können wir das Raoul'sche Gesetz getrost anwenden. Allerdings direkt darauf losrechnen können wir nun nicht, da wir Massenprozente gegeben haben. Diese müssen wir erst in Molprozente umwandeln. Wie machen wir das? Zunächst brauchen wir die Molmasse der einzelnen Alkane. Die lauten wie folgt. Anschließend geben wir der Annahme davon aus, dass wir in 100 Gramm Lösungsmittel 40 Gramm Hexan, 25 Gramm Heptan und 35 Gramm Oktan enthalten haben. Dies widerspiegelt genau unserem Massenprozent. Wir können genauso gut 1000 Gramm Lösungsmittel und 400 Gramm Hexan, 250 Gramm Heptan und 350 Gramm Oktan nehmen. Oder eben nur 50 Gramm Lösungsmittel und alles eben um die Hälfte dividiert. Aber so lässt sich es eben einfacher rechnen. Dann rechnen wir mit der bekannten Formel N ist gleich M durch M. Zunächst die Stoffmengen aus. Wenn wir nun unsere Werte einsetzen, erhalten wir folgendes. 0,464 Mol für Hexan, 0,249 Mol für Hexan und 0,306 Mol für Oktan. Anschließend, um nun den Stoffmengenanteil auszurechnen, bedienen wir uns folgender Formel. x ist gleich N durch N Gesamt. I ist also nun unsere Komponente und N der Stoffmengenanteil und N Gesamt der Stoffmengenanteil der gesamten Lösung. Für unsere Lösung, also für die gesamten Alkane, summieren wir nun zunächst die einzelnen Stoffmengen auf und erhalten für die Gesamtlösung 1,019 Mol. Setzen wir nun die einzelnen Werte in die Formel ein, erhalten wir folgenden Stoffmengenanteil bzw. folgende Molprozente. Dies entspricht also 45,53 Molprozent für Hexan, 24,43% für Hexan und 30,04 Molprozent für Oktan. Mit diesen Werten können wir jetzt nun das Raoulsche Gesetz anwenden und weiterrechnen. Ich habe das Raoulsche Gesetz mit unseren gegebenen Alkanen nochmal explizit aufgeschrieben, damit man sich verinnerlichen kann, dass also der Gesamtdruck sich aus den Stoffmengenanteilen multipliziert mit dem Standarddampfdruck ergibt bzw. der Summe der einzelnen Partialdampfdrücke. Setzen wir nun unsere Größen ein, erhalten wir folgendes. Das wären also 72,848 Millibar Partialdampfdruck für Hexan, 11,604 Partialdampfdruck Millibar für Heptan und 3,995 Millibar Partialdampfdruck für Oktan. Summehen wir das auf, erhalten wir nun folgenden Gesamtdruck für die Lösung, 88,45 Millibar. Als nächstes ist noch die Zusammensetzung der Dampfphase gefragt. Diese ergibt sich aus folgender Formel, welche sich aus dem Raoulschen Gesetz ableitet. Wie wir hier erkennen können, wenn wir auf die linke Seite dieser Gleichung sehen, setzt sich also die Komponente 1, also der Anteil der Komponente 1 in der Dampfphase aus dem Partialdampfdruck der Komponente 1 dividiert durch eben den Gesamtdruck der Lösung zusammen. Setzen wir nun hier wieder unsere Werte ein, kommen wir zum folgenden Ergebnis. Es sind also 82,36 Molprozent Hexan, 13,12 Molprozent Heptan und 4,52 Molprozent Oktan in der Dampfphase enthalten. Sprecherdampfdruck Sprecherdruck Sprecherdruck